Von was soll das überhaupt die Musik sein? Das hört sich kein bisschen an wie die ALF-Musik. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei eurem Kalle in den 80ern. Und wir spielen hier heute ALF auf dem C64er. Oh, ne Katze, lecker! Ist das Katzenstreu? Das ist meine! Ich will die Katze essen! Gib mir die Katze! Warum kann ich die Katze nicht essen? Warum werde ich vom Hundefänger gefangen? Gib mir die Katze! Ist das Jan? Ist das... Ist das... Der... Ist das Willi Tanner da unten? Ich verstehe das hier nicht! Was muss ich denn hier überhaupt bewerkstelligen? Es ist kein Junk, Willi! Okay, okay, ich werde es ausführen! Ich verstehe es nicht! Muss ich das jetzt in die Mülltonne schmeißen? Was zur... Warum? Was zur Hölle erklär mir das doch mal bitte jemand! Also hier rennt Katzen drüber, aber ich kann nichts... Also ich kann, wenn ich Knopf drücken, gar nichts machen! Knopf drücken macht gar nichts! So, ich habe jetzt eine Pizza, oder was? Hä? Jetzt habe ich eine Katze! Und mit der Katze mache ich jetzt was? Und mit der Katze mache ich jetzt was? Okay, ich sammle Pizza ein. Mit dieser Pizza fange ich die Katzen, was total logisch ist, dass ich Katzen mit einer Pizza einfange und bringe sie in unsere Garage. Zu einer absolut gar nicht nervenden Musik! Was macht eigentlich die Mülltonne mit uns? Die Mülltonne bremst uns anscheinend nur einfach aus. Okay. Okay, ich habe vier Katzen gesammelt. Und jetzt... Wow, Willi hat mich. Jetzt sind alle Katzen wieder unterwegs? Jetzt soll ich wieder alle Katzen von vorne fangen? Ihr wollt mich doch... Hoi, 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 Reka! Ist das ein tolles Spiel! Das ist ja mega geil! Mega tolles Spiel! Okay! 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 So cool! All right! Also cool! 왔er! Hat er aber drin ist! Alles klar! ich werde doch gerade mit katze unterwegs diese musik das soll tat von was soll das überhaupt die musik sein das hört sich kein bisschen an wie die als musik oder kann sich jemand an diese phänomenale als musik erinnern also ich nicht wenn so der titelsong von dem vom vom elf gewesen wäre in der fernsehsendung da hat sich bestimmt keiner angeguckt mir kann ich doch nicht da ist ein schlüssel wofür ist der denn selbst für die garage oder was die weg tenner es gibt einen zweiten level ja leute wenn ihr unbedingt mal so richtig schön kotzen wollt dann spielt doch auch mal alf und macht mehr als nur den ersten level ich wünsche euch da viel dabei viel spaß ansonsten auch wenn dieses spiel jetzt vielleicht nicht so toll war vergesst doch bitte nicht den daumen nach oben für das video und abonnieren und die glocke nicht vergessen wenn ihr mehr davon sehen wollt ich quäle mich doch gerne für euch ging durch die beschissensten c64 spiele die welt jemals gesehen hat bis dahin tschau euer kalle das war's mal wieder mit dem video wenn es euch gefallen hat dann vergesst nicht dass man mich abonnieren und liken kann außerdem könnt ihr mir folgen auf facebook twitter und instagram und das ist alles kostenlos das war's habr was ich